Orbital Supermax Episode 10 Gelesen von Cecilia Wings Nyland hatte bereits Jäger geflogen, die mitten im Kampf aufgetankt wurden. Man war leichte Beute, wenn man für wertvolle Minuten neben einem Tanker stand, der in Wirklichkeit nicht mehr als ein explosiver Metallklumpen war, der jederzeit hochgehen konnte. Egal wie intensiv das kämpfen wird, du bist wie gelähmt, während sich die Treibstoffanzeige langsam füllt. Dein Vogel braucht Treibstoff. Es war die einzige Konstante im Kampf. Aber es ist das Ausgeliefertsein, das am meisten stört. Auf dem Rumpf der Orbital Supermax wurde Nyland die wahre Bedeutung des Ausdrucks leichte Beute sein klar. Sie tankten nicht einfach nur einen Jäger nach. Sie saugten Treibstoff aus einer der Manövrierdüsen der Station ab, um zwei Jäger und den Tanker zu befüllen, den Herschel Konicek um die Station herum von Frachtraum C hierher geflogen hatte. Und anstatt vor normalen Feinden versteckten sie sich vor den Novodox, einem Haufen Piraten, die von Käpt'n Martin Kilkenny angeführt wurden, einem Kannibalen, der gedroht hatte, jeden Gefangenen auf der Supermax zu verspeisen. Als erstes befüllten sie die Jäger, während Wes Morgan mit der Hornet einen weiten Bogen flog, in der Hoffnung, die Novodox von der Nachtankaktion abzulenken. Nyland saß in der Cutlass. Es war eine Weile her, seit er eine geflogen hatte, aber die Erinnerungen kamen schnell zurück. Schub, Fluglage, Waffenkontrolle. Check. Ein Gegner, unterhalb, zwölf Uhr, funkte Konicek vom Tanker. Nyland blickte Richtung zwölf Uhr und dann nach unten. Aus purem Pech hatte ein einzelner Novadoc-Jäger sie doch irgendwie erfassen können, obwohl sie sich nahe der Stationshülle befanden. Ich sehe ihn, antwortete Nyland, während er die Systeme der Cutlass hochfuhr. Eine Startcheckliste erschien im Hut, die er aber übersprang, um sie sofort von der Station weglenken zu können. Ich brauche ungefähr 20 Minuten, sagte Konicek über Funk. Nyland seufzte. Er hätte genauso gut einen Tag angeben können. Er glaubte nicht, dass sie überhaupt ein Zeitfenster hatten. Der Novadoc schien nicht sonderlich beunruhigt zu sein, als Nyland sein Schiff in dessen Richtung lenkte. Nach drei Tagen der Belagerung konnte Nyland sich gut vorstellen, dass die Piraten beim Anblick eines nicht identifizierten Schiffes verwirrt waren. Das Flugdeck war zerstört und mit ihm die beiden funktionierenden Jäger. Sie hatten keine Ahnung, dass es der kleinen Gruppe um Nyland gelungen war, die beiden eidengemotteten Schiffe zu reparieren. Doch Nyland hatte nicht vor, dem Novadoc die Möglichkeit zu geben, Alarm zu schlagen. Schnell verlegte er die Energie auf die vorderen Schilde und schoss mit maximalem Schub auf den Piraten zu. Die Massenträgheit presste ihn mit einer Kraft in den Pilotensitz, die seine Sicht an den Rändern verdunkeln ließ. Sobald er das Aufschaltsignal seines Scanners für den Novadoc hörte, drückte er den Feuerknopf. Mehrere Feuerstöße blitzten in der Leere auf und sorgten für kleine Explosionen an der Hülle und auf den Flügeln des Gegners. Die zweite Salve endete in einem hellen Schimmer. Er hatte seinen Schilden jetzt maximale Energie zugeteilt. Seine Triebwerke gingen flackernd aus und dann glitt er hinunter Richtung Station, um Deckung zu suchen. Nyland zwang sein Schiff in eine scharfe Linksdrehung, um den Gegner weiter verfolgen und weiter befeuern zu können. Energieblitze schlugen in seine Schilde ein. Er vollführte eine Fassrolle nur knapp an einer Antenne vorbei, die plötzlich in seinem Blickfeld auftauchte. Nyland feuerte und zerschoss die Antenne. Seine Schilde leuchteten in einem ungesunden Blau auf, als die Metallstücke an ihm vorbeiflogen. Als sich die Trümmer lichteten, hatte er fast 50 Prozent der Energie seiner altersschwachen Maschine verloren. Einfach so. Sie waren jetzt nah an der Station. So nah, dass er die Lichter in den Fenstern an sich vorbeifliegen sah. Nyland gab Vollgas, katapultierte sich von der Station weg, um dann wieder mit voller Fahrt zurückzukehren. Instinktiv drehte sich sein Gegner und die Schilde schrammten an OSP 4 entlang, glühten für einen Moment auf und brachen daraufhin zusammen. Nylands nächster Schuss verwandelte den Novadoc in einen Feuerball, der genauso schnell wieder verschwand, wie er erschienen war. Nyland reduzierte den Schub und näherte sich der Station. Für den Moment war er allein. Nur sein Funk zischte mit geordnetem statischen Rauschen, das fast wie Worte klang. Seltsam. Er wechselte den Frequenzbereich und fing die Geräusche eines Feuergefechts auf. Schreie wurden von schnellen Feuerstößen von Projektilwaffen unterbrochen. Die Novadox griffen jemanden auf der Station neben ihnen an. Und diesem jemand wurde die Hölle heiß gemacht. Nyland konnte sich nicht vorstellen, wem es drei Tage nach der Belagerung noch möglich war, auf diese Weise Widerstand zu leisten. Die zurückgebliebenen Wachen waren tot und jeder, der es geschafft hatte, in einer Fluchtkapsel zu fliehen, war von den Piraten abgeschossen worden. Plötzlich stand sein Herz still. Tatsächlich gab es noch eine Gruppe, die bewaffnet und organisiert war. Immerhin hatten sie ihre Waffen gestohlen. Nyland aktivierte den Funk, während er den Jäger so nah an die Station manövrierte, wie es nur ging. Er nutzte das An- und Abschwellen des statischen Rauschens, um ihre Position zu triangulieren. Er sprach von ihr, denn obwohl es sich bei der zu lokalisierenden Gruppe ohne Zweifel um die Tevarin handelte, versuchte Nyland doch, deren einzigen Gast zu finden. Kayla Wyrick, seine Therapeutin. Aus dem Augenwinkel konnte er eines der Stationsfenster unregelmäßig flackern sehen. Die Messwerte zeigten keinen Sauerstoff an. Das bedeutete, dass der Bereich bereits durchlöchert war. Wer auch immer sie waren, sie mussten in Raumanzügen kämpfen. Nyland riskierte eine Übertragung. Kayla? Die Kampfgeräusche ließen kaum nach, aber er bildete sich ein, ihre Stimme weit entfernt zu hören. Diese Hoffnung, wenn es auch nur Einbildung war, reichte ihm. Euphorisiert übernahm er wieder die Steuerung und drehte die Nase des Jägers in Richtung Station. Nyland war jetzt so nah, dass er die tobende Schlacht durch das Aussichtsfenster sehen konnte. Eine Partei trug unterschiedliche Raumanzüge, die mit einer teaartigen Farbe beschmiert waren. Die anderen, das Rot und Blau des Stationspersonals. Es handelte sich aber um kein Personal. Dies waren die Tevarin. Lieber Yusuf Asari, rief Nyland über Funk. Ich schlage vor, du ziehst dich mit deinen Männern zurück. In Liebe, der Typ, der seine Klappe nicht halten kann. Wieder jeder Erwartung sah er, wie einer der Männer im roten Raumanzug seine Hand an seinen Helm presste, an die Stelle, wo sein Ohr hätte sein müssen. Dann blickte er aus dem Fenster, genau zu Nyland. Das musste ein teuflischer Anblick sein. Eine gewaltige Cutlass, deren Positionsdüsen überall auf der Hülle sporadisch feuerten, keine zehn Meter entfernt vor dem Fenster. Er drehte sich um und gab seinen Männern das Zeichen, sich zurückzuziehen. Nyland ließ das Schiff ein wenig nach links treiben. Sein Zielcomputer würde keine Menschen erfassen. Also steuerte er sich manuell in eine Linie mit den schwarz gestreiften Raumanzügen und drückte ab. Die erste Explosion verwandelte die Hülle in ein weißglühendes Stück Metall. Die zweite schleuderte geschmolzene Metallklumpen in die Horde Piraten. Sie brauchten mehrere Sekunden, um die Quelle dieses neuen Angriffs zu identifizieren. Doch da hatte Nyland bereits ein großes Loch in die Hülle geschossen und fast die Hälfte der Männer niedergemäht. Einige erwiderten das Feuer mit einzelnen Feuerstößen aus ihren kleinen Handfeuerwaffen, die wiederum problemlos von Nylands Schilden absorbiert wurden. Er veränderte seine Position leicht und setzte den Kugelhagel fort. Es dauerte nicht lange, bis die Tevarin um ihr Leben rannten und ihre Fäuste in die Höhe rissen. Nyland war allerdings noch nicht fertig. Im Gegenteil. Er senkte die Schilde, bewegte vorsichtig den Steuerknüppel und drehte den Jäger. Nur mithilfe der Manövrierdüsen glitt er durch das Loch, das er gerade in die Hülle der Station geschossen hatte. Der Kollisionsalarm begann in den Ohren zu dröhnen, während sein Blick auf der winzigen Anzeige klebte, die für Landemanöver genutzt wurde und das Schiff in Relation zum Deck anzeigte. Wenige Sekunden später schwebte er in der Mitte der Stationsbucht, wo der Kampf zwischen den Tevarin und den Piraten gerade abrupt geendet hatte. Es war unglaublich schwer, die Nase des Jägers in Position zu halten, aber er zog sie leicht hoch und richtete die Waffen auf Yusuf Asari und den Rest der roten Raumanzüge. Du weißt, was ich will, Asari, sagte Nylend über Funk. Verwirrt senkten die Tevarin ihre Fäuste. Einige richteten ihre Gewehre auf ihn, andere erkannten die Sinnlosigkeit hinter dieser Geste und blickten zu ihrem Anführer. Nylend schob den Jäger ein Stück in dessen Richtung. Ich habe dir bereits gesagt, dass ich nicht ohne sie gehen werde. Ein langer Augenblick verstrich. Er begann zu schwitzen. Die Tevarin waren keine Piraten. Sie hatten vielleicht kleinere Verbrechen begangen, aber jeder wusste, dass sie nur nach USP4 anstatt in lokale Gefängnisse geschickt worden waren, weil sie der falschen Spezies angehörten. Asari wusste, dass Nylend sie nicht niedermähen würde. Aber vielleicht würdigte er das Risiko, das er auf sich genommen hatte. Aber am Ende blieb er ein Tevarin, der eingesperrt worden war, weil er sich für sein Volk ausgesprochen hatte. So wie er sprach Nylend eben auch für das Seine. Wes Morgan ist ein Mann, der einen Anreiz braucht, um seine Versprechen zu halten, sagte Asari schließlich. Aber du hingegen hast gezeigt, dass du deine Versprechen einhältst, selbst wenn es dich selbst viel kostet. Für dich brauche ich kein Näger Seil. Nimm sie und halte dein Versprechen. Eine zierliche Gestalt in einem roten Raumanzug bewegte sich von den Tevarin weg und überquerte das Deck im Laufschritt. Nylend öffnete die Frachttür und sie kletterte in den Laderaum und setzte sich auf den Navigatorsitz. Er stellte den Druck im hinteren Teil des Schiffes wieder her, sodass sie den Helm abnehmen konnte. Wenige Augenblicke später spürte er ihre Hand auf seiner Schulter. Ich wusste, dass du für mich zurückkommen würdest. Aus irgendeinem Grund fand Nylend keine Worte. Er schluckte, holte tief Luft und drückte ihre Hand. Okay, stammelte er, nachdem er sich einen Moment Zeit genommen hatte. Warte kurz, das könnte etwas eng werden. Er übernahm die Steuerung und hörte das Zischen der Manövrierdüsen durch die Schiffshülle, als der Jäger langsam begann, seitwärts zu driften. Avery, sagte Kayla mit angespannter Stimme, als versuche sie bemüht, ruhig zu bleiben. Was? Avery, was? Nylend fühlte, wie das Schiff schlingerte und die Schadensindikatoren anfingen zu blinken. Er riss an den Steuereinheiten und versuchte, die plötzliche Bewegung zu kompensieren, aber es war zu spät. Sie drifteten vorwärts. Einer der Geschütztürme hatte sich an der Hülle verfangen und war stark verbogen. Funken schlugen aus dem beschädigten Gelenk zwischen Jäger und Waffe, als es immer weiter nachgab, abbrach und schlussendlich davontrudelte. Die Novadocs sind zurück und haben eine Art schultermontierte Waffe dabei, sagte Kayla. Sie werden noch mal feuern. Sie waren noch nicht ganz aus der Stationshülle und es gab keinen Platz zum Ausweichen. Nylend griff nach einer der Cockpitstreben und drückte sich in den Sitz, als sie getroffen wurden. Die Explosion schleuderte die beiden herum und auf dem Loch der Station. Er ignorierte alles andere, hämmerte auf die Schilde, um sie wieder hochzufahren und lenkte sie dann zurück ins All. Während sich OSP4 immer weiter von ihnen entfernte, untersuchte er die Schäden. Der Rumpf war an zwei Stellen mit Narben übersät und das Triebwerk hatte einige kleinere kosmetische Schäden abbekommen. Am meisten Sorgen bereitete ihm aber der fehlende Teil des Geschützturms. Einen der zwei noch zuvor miteinander verbundenen Neutronenkanonen. Nylend hatte Sorge, die verbliebene Waffe abzufeuern, aus Angst vor einem Kurzschluss oder einer elektrischen Fehlfunktion. Ihm blieb nichts anderes übrig. Er musste sich wohl auf die Kanonen auf den Flügeln und den Laser-Repeater unter der Nase verlassen. Der Funk piepste neben ihm auf. Es war Morgen. Kayla hörte es auch. Ignorier ihn! Nylend blickte irritiert auf. Seine Hand ruhte über dem Funkgerät. Hm? Warum? Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich weiß nicht.